wieso die ist eigentlich nicht so schlecht warum macht Marco eigentlich nicht mit? schwul der will nicht muuuu krachachach oh don't versuch mich mal mit Bastionen nice hallo hallo es gibt einen grund warum overwatch eingestellt wird ich denke daran sollten wir nicht oh wo ist denn dennis ich hab einen neuen Spruch für Mercy hallo hier wird man immer so schlimm braun auf einer Skala von 1 bis 10 wie fest tut es weh wir gar nicht auf einer Skala von 30 Sekunden wie fest tut es weh gar nichts gehört ach so halt einmal die Schnauze da vorne auf einer Skala von 1 bis 10 wie fest tut es weh dennis wo bist du? du musst nach vorne Führen meinen Hammer mit deutscher Präzision. Gensaria, Farah, Lucio, oh, Bastion Hunter A, okay. Gut. Wir haben den Tracer. Ja. Die neue Junkrit. Äh, ne, McCree. Ich glaube, das haben sie gemerkt. Ach ja. Ich glaube, ich spiele vielleicht sogar was anderes. Vielleicht noch einen zweiten Healer. Nice. Oh, Dennis. Absolut. Absolut. Wissen war hier. Magst du, bist du hier für mich? Alter. Äh. Äh. Helden sterben nicht. Da ist das noch hin zu uns. Ja. Naja, ich bin so schlecht dafür. Das ist auch ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen nach wie blöd. Das ist aufgrund der Sieg von hinter uns ist. Und die ganze Zeit rumfliegt. Der alte Luke Käse. und der besten steht auf der entbrücke und macht irgendwas i got you hat das bräuchte dort auch so vielleicht ich hab noch nicht mal die ulti von der mitbekommen what the fuck das geht gerade ab wer hatte so weit hinten gemacht die ulti nice 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 also ich bin mit dem payload Prozent mit Kreese recht in dem Raum drin der Tjan ist auch die war Tracer ist irgendwo weit hinter uns oh nice die Stunde hat geschlagen okay sind alle hinter mir her Ablenkung Jungs Ablenkung Ablenkung ich bin noch am ablenken Tracer hinter uns ich hab viele Leute Trap gehackt und hätte ich gemerkt dass hier hinter mir Abgrund ist, wäre ich gerade bin gesprungen oh nice das ist cool ich bin noch mal das ist schon nervig ja ja ein Tracer von links das ist eine große Idee hoch das ist da oben beim Bestchen mein Schutzengel ist da Nein Nein Nice Kenmo Nobody saw that Eure Zeit ist abgelassen Die wundert sich bestimmt auch Da war doch nur einer Meine ultimative Fähigkeit lädt auf Und Fangen wir nicht raus Oh life and do Und schief ja Irgendein Grund habe ich bei Overwatch einen mega hohen Finger auf einmal Was sonst nirgendswo Ja bei mir ist es bei Bei mir wird aufgelenkt die ganze Zeit irgendwelche Dinge angezeigt obwohl eigentlich nichts ist Also ja Ja bei mir ist das gerade die ganze Zeit Ja bei mir auch Denn das heißt Paketverlust Ja ich habe einen 77er Ping Ja ich habe eine von 40 glaube ich Aus dem TS zumindest Ja aber im Spiel kannst du es ja auch anzeigen lassen Bei mir ruckelt aber schon etwas Ich merke schon dass es ein bisschen ruckelt Ich merke schon dass es ein bisschen ruckelt Busch!" Boah und feuern alles so fairer Ding und die haben nur mich Ja nur mich gegen alles so rein gefeuert Wo tut's denn weh? Flicke in die Iris. Der Tod ist heute knapp. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fest ist das? Statt. Hold it. Der Besschen prügelt sich mit dem. Ja. Hast du's gesehen? Ganz allein steht er da oben. What play. Über euch ist der McCree. Und Farah. Oben rechts. Hier. Tracer ist auch schon an uns vorbei. Und ja. Double Heal, das ist wichtig. Tracer ist durch. Ich hab die Tracer am Arsch. Gut. Ich hab's nun wieder auf Trabgehalte hin. Ist das noch hinter uns? Get it again. Äh Lose. Einfach mal die Ulti drücken. Ja, ich... Tracer hin euch. Tracer hin euch. Ich hab' den verdGirls. Han' in den Kopf. Ich hab' den Kopf nicht hingekommen. Ich hab' den Kopf nicht geschenkt. Ich hab' die Ulti drücken. What the fuck. Das legt schon ein bisschen. Du musst überall noch mal Alten, Freund. Die Zeit hat geschenkt. Du kannst du dir Kochen? Ich bin Bücher, Umkämpft, umkämpft, umkämpft. Darüber steht Bastion. Oh. Ich will nicht einfach so hinlassen, dass ihr euch nicht zieht. Weil wir machen alte Bastion Krieg. Scheiße. Oh nein, habt ihr das gerade gesehen? Der Zeiger war bei 0,00 Meter. Aber es hat nicht gezählt. Was? Der Zeiger da oben war bei 0,00 Meter. So. Ich habe den Hammer in den Kopf gehauen. Dem Acht. Und ja. Nice. Ich habe irgendwie so. Komische. Komische Fingern. Ja, ich weiß nicht. Ist Lucy oder Miracy besser? Lucio. Definitely. Na, aber Miracy hat halt den Reds. Ja, aber Lucio ist halt besser. Weiß auch nicht. Momentan ist Lucio echt besser. Also man sieht eigentlich immer 10 Jahre Lucio. Ja, und? Wo man die sieht, ist mir ja egal. Na dann spür halt das, was du willst. Los geht's. Lass uns gemeinsam was reißen. Hm. Oh Mann ist das abgefahren. Fäck das auch. Ich wache über dich. Früher will ich nicht mehr. Das sind die hier früher nur. Ich wache über dich. Früher will ich sein mit euch. Hm. Ich bin vor Filter aus. Warum? Das ist witzig. Hat es denn noch an oder wie? Ja. 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 Ich bin vor Ort. Ja. Gernot. Mach dich dabei. Ja. Ja. weil er nicht muss alles doch mir haben sie einfach von weggehekelt und jetzt Nein! Ruckel, 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 ruckel Boah! Oh, bei mir 8 Grad Denn du bist gerade so über die Lab geruckelt Weeeeee! Och, die hat ne Genji Die Flas hat den Chefmanns erreicht Ich käufe dich wieder Boah, ne Genji, ruckel, sich hier durchs Bild Das ist schrecklich Hat jemand den Arzt gerufen? Mhh Piuuu! Alter, das geht gerade überhaupt nicht klar. Du musst gleich mal eben Neustart machen. Nein, das alles ist ja sonst super. Der Teams-Prieg läuft ohne Probleme. Ja, von Overwatch meine ich. Vielleicht ist das ja auch nur ein Server hier. Nein, hallo. Oh, du möchtest mit meinem Flamme-Ding? Der gankt mich. Oh, nice. Bei mir war Arc gerade kurz geleckt irgendwie. Und ich habe gedacht, hä, ich habe doch zwei. Warum lebt denn du noch, Ne? Nice! Da könntest du halt 8 easy nennen. Alter, da kommt Kenji mit so dein Gegenluft. Nicola Falke. Bei mir tut am Schluss immer das Highlighting-Spiel. Ich bin jetzt bei euch. Bei mir gar nicht. Doch, bei mir, ich habe dann immer so ein schwarzes, halbschwarzes Bild. Hahahaha. What? Ich so, ich weiß es nicht. Hahahaha. Aber immer dich. Also, es hat irgendwann damit angefangen. Ich weiß nicht. What? Ich habe 28 Eliminierungen. Ewig. Ewig. Oh, jetzt geht es aber aufwärts. 53 bei mir. Ich glaube, jetzt ist der Punkt wieder erreicht, wo ich mega viel dazu bekomme. Beim Level Up. Das ist irgendwie total komisch. Ab einem gewissen Level bekommst du mega schnell so Level Up und dann... Ich denke mal, das kommt... Geht nur da... Oder das kommt darauf an, auf wie oft man vorher gewonnen hat, oder? Oh, ich habe viel gekriegt. Alter, ich habe ein Level gekriegt. Ganzes? Ja, fast ein ganzes Level. Ja, fast ein ganzes Level.